Ein Kind ist geboren Heute habe ich das Weihnachtslied Freut euch, freut euch Ein Kind ist geboren für euch Darin geht es um die Freude über die Weihnachtsbotschaft, dass eben Jesus zu Weihnachten zur Welt gekommen ist Wir fangen mal an von vorne bis zum ersten Atemzeichen Das ist der erste kleine Mini-Abschnitt Der kommt ziemlich häufig in dem Stück vor Und da haben wir den Sprung vom G runter zum D und dann GAA Spielen wir einmal nur das Nach diesem ersten kleinen Stückchen kommt beim ersten Mal in der ersten Reihe AHA AGA Jetzt spielen wir dieses kleine Stückchen Beim zweiten Mal in der zweiten Reihe kommt dieses kleine Stückchen leicht verändert vor Es geht wieder los mit AHA A Und jetzt kommt nicht mehr wie in der ersten Reihe G A sondern die Töne werden einfach umgedreht Der Rhythmus bleibt aber gleich und damit haben wir dann A-G Spielen wir mal dieses Stückchen Und jetzt spielen wir von Anfang bis dahin wo wir gerade aufgehört haben Dieses Stückchen was wir jetzt gespielt haben kommt am Schluss noch einmal Dazwischen kommt ein Mittelteil mit ein bisschen mehr Bewegung Und deshalb spielen wir den zuerst einmal langsam Das ist dann Reihe 3 und 4 Und jetzt spielen wir den gleichen Teil Also auch wieder Reihe 3 und 4 in dem Tempo in dem wir vorher Reihe 1 und 2 gespielt haben Und jetzt spielen wir das ganze Stück Dazu hören wir bei dem ersten und Schlussteil eine Klavierbegleitung und bei dem Mittelteil eine Begleitung einer zweiten Blockflöte Die Klavierbegleitung Und zum Abschluss spielen wir es noch einmal etwas schneller. Und zum Abschluss spielen wir es noch einmal etwas schneller. Und zum Abschluss spielen wir es noch einmal etwas schneller. Und zum Abschluss spielen wir es noch einmal etwas schneller.